Entspannt in die Prüfungsphase mit der FHM Hannover, die Podcast-Reihe zur mentalen Prüfungsvorbereitung. Ich grüße Dich zum siebten und letzten Tag dieser Podcast-Reihe zur mentalen Prüfungsvorbereitung. Mein Name ist Dr. Isabel Köhler und das Ziel dieser Reihe war es, Dir Methoden zu zeigen, mit welchen Du kraftvoll in Deine nächsten Prüfung starten kannst. Heute möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir bisher in diesem Podcast thematisiert haben. Du hast Dich mit Deinem Prüfungsverhalten auseinandergesetzt und gelernt, wie Du in Deine Power kommst oder mit Stresssituationen umgehen kannst. Auch haben wir uns mit Lerntechniken beschäftigt und damit, wie Du Zukunftsvisionen für Deine Lernmotivation einsetzen kannst. Nun rufe Dir noch einmal in Erinnerung, welche Lerntechniken Du für Dich effektiv nutzen kannst, um Dich kraftvoll auf Deine Prüfung vorzubereiten und diese durchzuführen. Erstens stelle Dir mental vor, wie Du Dich erfolgreich auf Deine Prüfungen vorbereitest und sie erfolgreich meisterst. Zweitens verschaffe Dir Power, indem Du Deine Physiologie beeinflusst. Nimm eine standfeste Körperhaltung ein, richte Dich auf und nähere Dich mit Energie von oben. Drittens setze einen Anker, den Du abrufen kannst, wenn Du Power brauchst. Viertens laufe auf der Stelle, klopfe Dich ab, tanze und schwinge, wenn Du vom Roten in den grünen Bereich kommen musst. Fünftens suche Dir einen Lernbuddy, plane Deine Zeit, nutze effektive Lerntechniken, die Du kennst und kopiere erfolgreiche Prüfungsverhalten anderer. Und last but not least, sechstens stelle Dir Deine Zukunft mit Deinen Zielen vor, die Dich antriggern. Gehe Deine Zeitlinie entlang und nimm den Rat Deines alten Ich in die Gegenwart mit. Schön, dass Du bei der mentalen Prüfungsvorbereitung mitgemacht und den Podcast bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, Dir hat es gefallen und Du konntest einiges für Dich mitnehmen. Ich wünsche Dir viel Erfolg für die Prüfungsphase und für Deine zukünftigen Projekte. Entspannt in die Prüfungsphase mit der FHM Hannover, die Podcast-Reihe zur mentalen Prüfungsvorbereitung.